Und herzlich willkommen zurück in einer kleinen Pause zu Last of Us Remastered. Da fällt mir gerade noch was ein, was ich noch machen wollte. Ach, die kann ich gerne mehr höher stellen. So. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Mal los, verschwinden wir hier. Schnell raus. Achso, jetzt hatte ich gedacht, jetzt passiert irgendwas Interessantes hinter dieser Tür. War wohl nicht so. Was denn? Was mit dem Überfall? Ich kenne beide Seiten. Oh. Kommst du bald mal, lieber Ellie? Tja, bringst du viele Unschuldige um? Nein. Das heißt dann wohl ja. Verstehe es wie du willst. Warum geht das eigentlich nicht mehr mit dem... Mit diesem Schleichmodus. Wir schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Lade nach. Ja. Ne Medikit-Verbesserung. Die sind jetzt ein Drittel stärker. Das war das, was ich gebrauchen konnte. Ne, da geht's jetzt raus. Da muss ich vorsichtig sein. Habe ich noch eins? Ja, ich brauche eigentlich keins im Moment noch nicht. Was ist das hier eigentlich? Ist das eine Rauchbombe? Oder ist das eigentlich eine Dingsbombe? Wie eine Handgranate. Wäre mal interessant zu erfahren. Aber hier draußen ist doch auf jeden Fall auch schon mal schön. Die dampfen auf jeden Fall noch. Die sind auch frisch. Hier oben geht es wohl nicht weiter. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Okay. Lade. Leise und sicher. Leise und sicher. So viel zu leise. Ach guck mal. Toll. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Ne, das retten von den Klickern, das muss ich unbedingt verbessern. Also das Messer muss ich noch bessern, um mich vor den Klickern retten zu können. Weil sonst, ich weiß nicht, wie oft ich bei den Klickern sonst noch drauf gehen soll. Können wir vielleicht noch, ach, noch ein Medikit herstellen, das ist ganz praktisch. Achso, ich kann eh kein Messer mehr tragen. Das ist ein bisschen scheiße, ich hab nur fünf Schuss. Waren das Jäger? Was war das? Puh. Ich weiß nicht. Eine Deckung. Helly, Deckung. Helly, runter! Helly, runter! Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn die Nachhilfe drauf, fällst du dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wie soll ich die drei denn jetzt umlegen? Was war denn das? Niemand. Geht schon nach Hause. Scheiße, hierher. Dreh dich mal um. Komm, dreh dich um. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Komm, ab nun, knüppel drauf. ach scheiße wo seid ihr headshot noch ein headshot der ist zu schnell komm guck drüber komm jetzt komm schon den hab ich eh schon mal erwischt so heilen wir uns erstmal hier noch eine runde ach in den backstein brauchen wir gar nicht aber über den bus kommen wir bestimmt auch hier raus oder nicht ne leider nicht aber da haben die anderen den doch so verloren wo hab ich den da hab ich noch einen erwischt ich möchte mal sagen den hab ich gut erwischt nach über das auto vorsichtig hier runter hier geht schon wie war das denn nochmal mit dem schleichmodus ach da war der hier gebt uns lebensmittel warum wurde kein essen verteilt manchmal gab es nichts mehr jaten halt nicht ach guck mal da drüben liegt aber noch genau zahnräder von da unten papier ne hügel verloren notiz eine nachher jetzt ist weg scheiße das ist ja wie am flughafen hier wir befinden uns hier am airport frankfurt wir möchten sie bitten durch dieses tor zu gehen so vorsichtig ich hör doch schon irgendwas da sind drei dann muss ich ja nicht mit allen anlegen was haben wir denn jetzt hier noch weil man natürlich jetzt noch ein bisschen schrot mh 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 nix mh 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 Zack, weg! Den ersten hätten wir schon mal erledigt. Der zweite kommt jetzt direkt hin nach. Komm! Du guckst auch noch dummerweise in meine Richtung. Jetzt haben sie mich aber gesehen. Achtung! Geht doch. Den hattet wohl zerlegt. Ich finde das auch schön, dass das Spiel endlich mal nett geschnitten ist. Sondern mal wirklich nochmal ein Spiel ist. Wenn die Musik kommt, dann ist es wieder gefährlich. Wobei der Controller ist noch grün. Scheiße, da ist noch einer. Der hat uns aber zum Glück noch nicht gesehen. Vielleicht sind da ja sogar noch mehrere. Oh, scheiße. Den hab ich überhaupt nicht kommen sehen. Jetzt kommen wir hier. Ich hatte auch einen Griff in der Hand. Was? Was? Komm ab, weg! Medikit raus. Und schnell hat Medikit genommen. Augen auf im Straßenverkehr. Augen auf im Straßenverkehr. Aber es fehlt immer noch einer. Was ist der denn da? Ist der doch? Oh, nett. Komm her! Junge, komm her! Wo bist du denn? Wo bist du denn hin? 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 Komm, ab mit dem Dings drauf. Ach scheiße, hinter mir ist noch einer oder was? Da hinten. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Zack, weg! Scheiße, jetzt kommt der mit einer mit dem Baseballschläger an. Wie viele sind denn hier? Da kommen doch schon wieder welche. Da kommen doch schon wieder welche. Mann, weg! Geht doch. Aber zwei Schuss? Scheiße. Scheiße. Knocked down. Aber der eine läuft hier immer noch rum. Scheiße. 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 Wo sind wir denn hier? Ach, jetzt hier hinten. Da sind noch drei. Lade nach. Lade nach. Und weg. Achtung! Scheiße. Nein. Verdammt. Der hat mich dummerweise mit dem Dings erwischt. Mit der scheiß Schrofflinde. Komm her. Komm her. Komm. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Verdammt. Wo ist der andere denn hin. Wo ist der andere denn hin? Der andere Wichser ist außen rum gelaufen. Zack. Birne weg. Puh. Man soll ja auch nicht immer seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken. Irgendwo ist noch einer. Der Controller ist nämlich nur gelb. Was ist denn noch, alter? Scheiße. Oben drüber. Oben drüber, genau. Wo komm ich denn da hoch? Habe ich nochmal nen Medikit? Ne. Ich hab auch keine nette Sachen dafür, um nen Medikit zu machen. Tief durchatmen. Scheiß Dose. Da oben ist aber nur der eine. Nein. Da oben sind drei. Scheiße. Nee, der sieht mich sonst. Achtung. Gott. Der geht da rüber. Wo ist dieser Typ, verdammt? Zack. Mit dem Messer weg. Schnell weg. Weiter. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Jetzt sind wir schon wieder hier unten, oder? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Gehen wir einfach hoch. Gehen wir einfach hoch. Wir müssen uns ja nicht immer mit den Leuten anlegen. Da sind ja eh schon wieder zwei. Drei. Äh, drei. Da hinten ist nämlich auch noch einer. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Weg. Komm schon. Weg. Komm schon. Scheiße. Der ist schon mal weg. Aber der andere nicht. Wir haben keine Munition mehr. Scheiße. Headshot. Treffer. Versengete. Knapp.